als erstes möchte ich mich bedanken natürlich bei freunden bekannten die mein erstes youtube video angeschaut haben und mir dann geschrieben haben sie finden das ganz toll bei freunden und bekannten ist das was wert der fremden ist natürlich noch mehr wert das hat mich sehr überrascht dass da völlig fremde menschen sich das schon angeschaut haben und mir geschrieben haben finde es toll und ich soll weitermachen und so weiter und so fort dafür vielen lieben dank ich habe vor das weiterzumachen es ist mein hobby aber ich lese diese bücher gerne und dabei wird es gruselige lustige spannende was auch immer geschichten geben ich weiß es noch nicht worauf ich morgen lust habe wie gesagt es ist in erster linie das was mir gefällt und wo soll das ganze weitergehen und wenn es jemand anderen auch erfreut die geschichte die ich heute lesen möchte ist überraschenderweise wieder von edgar wall ist das ist aber wirklich zufall demnächst kann es auch was anderes geben wie gesagt auch aus einem anderen genre die heutige heißt das diamantenklavier auf schwarz dunklem moor oder felswildem strand leg ich mich nieder weg müd und krank kalt wölbt sich der himmel von west nach ost weder mantel noch decke schützt mich vor frost nur kalt funkelnde sterne halten still wacht er weiß wo ich ruhen werde in dieser nacht wenn dies nicht poggys lieblings ballade gewesen wäre würde ferdy auch den mund gehalten und nichts gesagt haben aber so oft sich letty an den schönen flügel setzte mit ihren schlanken weißen händen über die tasten fuhr die noten vornahm und sagte ach das mag ich nicht oder das ist herrlich aber ich kann es leider noch nicht richtig zum ausdruck bringen und schließlich den zigeuner gesang spielte konnte ferdy einfach wütend werden er biss dann die zähne zusammen lehnte sich in seinem sessel zurück und sagte das große einmal eins vor und rückwärts her bis sie mit dem stück fertig war natürlich hatte poggys den zigeuner gesang gedichtet und komponiert sein name epoclam bennett stand in großen buchstaben quer auf der vorderseite und poggys erhält unglaublich hohe summen als tandemen für diese komposition zu den ungläubigen gehörte auch ferdy ist doch einfach ein blödsinniges gedudel sagte ferdy dabei kann man sich doch überhaupt nichts vernünftiges denken kann man nur so etwas sagen wer weiß wo ich ruhen werde in dieser nacht einen solchen quatsch brauchst du doch nicht zu singen du weißt doch sehr gut wo dein zimmer ist leddy ließ die hand in den schoß sinken am liebsten hätte sie ihm eine ohrfeige aber stattdessen nahm sie ein buch hing zum bibliothekstisch in ihr vater im wohnzimmer aufgestellt hatte und setzte sich dann unterhielten sich die beiden miteinander aber es kam in den nächsten zehn minuten zu einer scharfen auseinandersetzung hoffentlich ist dir bewusst sagte ferdy mit stockender stimme dass du mein ganzes leben zerstört hast letiz revel dachte darüber nach dann runzelte sie die stirn verzog den mund und überlegte sich was ihm antworten sollte du spielst also auch den sehnsüchtigen spanier fragte sie schließlich ferdy kannte die letzten operetten nicht und wusste daher auch nichts von dem schlager der sehnsüchtige spanier aber die spanier waren im allgemeinen ein romantisches und melancholisches volk deshalb hat er jetzt nichts gegen die bezeichnung einzuwenden ja ich glaube dass die spanier auch zu solchen stimmungen neigen ich sage dir leddy wie ein dürrer kalter fels steht mein zerstörtes leben in der brandung des weltalls du hast mich einfach vernichtet es ist als ob ich von den rasiermesser scharfen rädern des schicksals zermalmt würde ach du meinst du eine art frikassee das erinnert mich an iris stew erwiderte sie interessiert weißt du wir hatten diese gräuliche lehrerin für kochen im pensionat wir haben sie die zähe dora getauft weil sie immer aber ein mann darf doch mit recht verlangen dass eine frau nicht mit nägel beschlagenen schuhen auf seinen heiligsten gefühlen herumtrampeln wird wenn sie seinen ring angenommen und auf seine frage erwidert hat dass sie ihn liebt wenn ein mann noch prinzipien hat und es deshalb ablehnen muss zu einer gesellschaft zu gehen in der sich ein schrecklich fetter kleiner musiker mit schwarzen öligen locken und hundeaugen breit macht dann ist er vollkommen in seinem recht dieser blöde hammel von einem komponisten will sich bloß interessant machen und denkt er ist gescheit wie der dumme witze erzählt er sich doch nur aus einer zeitung ausgeschnitten hat ja da staunst du habe sie deutlich in seiner brieftasche gesehen nein dahin gehe ich nicht und ich will auch nicht dass du hingehst bist du denn das nicht ein letty sie fuhr mit der hand über die stirn die von schönen goldenen locken umrahmt war und lehnte sich resigniert zurück wer ist denn eigentlich der mann von dem du da immer redest dieser dicke schwarzlockige mann selbstverständlich poggi entgegnete er empört aha sagte letty und seufzte sie sah für die jetzt ernst an jede linie ihres gesichts zeigte dass sich der wichtigkeit des augenblicks wohl bewusst war sie hatte ihren verlobungsring mit dem großen brillanten vom finger gezogen und neben sich auf den tisch gelegt birdie sah beunruhigt auf den ring dann auf sie es hat keinen zweck dass wir diese peinliche unterhaltung noch fortsetzen erklärte sie muss eben erleben dass meine ideale zusammenbrachen was soll das heißen zusammenbruch deine ideale das klingt fast wie ein kinodrama von liebe und aufopferung sei ruhig wir wollen uns trennen ohne noch eine große szene zu machen erwiderte sie und reicht ihm die hand ich werde dich niemals vergessen reggie er machte ein verzweifeltes gesicht es hat gar keinen zweck dir noch zu sagen dass ich ferdinand heiße du hast dich schon genug blamiert ütend nahm er den ring untersteh dich nur nicht ihn ins feuer zu werfen warnte sie ihn als sein anklagend hoch hob da täuscht du dich aber sehr das stück kostet 125 pfund abzüglich der zehn prozent nachlass die ich erhalten habe weil ich den direktor der firma persönlich gut kenne meinst du ich bin so blöde dass ich ein solches vermögen zum fenster hinauswerfe oder in den kaminen ich wollte nur sehen ob du den ring verbogen hast aber du hast ihn wenigstens einigermaßen sorgfältig behandelt also lebt wohl leddie die seien so sonderbar anders er stehen blieb sag mal willst du jetzt auf die löwenjagd gehen fragte sie ironisch er schaute sie stumm und verzweifelt an oder willst du dir ein haus mitten in einer fiebergegend von zentralafrika bauen wenn du mir früher solche geschichten erzählt hast habe ich sie geglaubt für die ja ich habe sogar einmal einen großen aufruf in die zeitung gesetzt und an verschiedene blätter geschickt die in zentralafrika gelesen werden aber am selben abend sah ich dich dann bei chiro wo du molly fettingham den neuesten tango beibracht ist hör die bedenke dass du hier zu einer frau sprichst die schwer gelitten hat das darfst du mir nicht vorwerfen ich versäumte damals den dampfer ja natürlich du hattest ja genügt damit zu tun mollys weit ausgeschnittenen rücken zu bewundern ich kenne dich zu genüge du gehst doch nicht fort vor allem nicht nach afrika morgen niehst du hier wieder zu meinen füßen sie zeigte auf die teppichstelle vor sich und ferdi sah sich das muster genau an durch das offene fenster kamen die sanften klänge der kirchenglocken und der weihnachtslieder eine kapelle der heilsarmee spielte an der nächsten straßenecke ferdi erkannte sie an dem verstimmten hohen e der ersten trompete das ist also der weihnachtsabend sagte er heute ist der 24 wusstest du das denn nicht und morgen ist der erste weihnachtsfeiertag hast du natürlich diesen jüngling mit den schweineschmalzlocken dein poggi hier kannst du mir vorsingen wer weiß wo ich ruhen werde in dieser nacht du kannst dir die seiten halten vor lachen wenn er seine kindlichen witze erzählt die nicht einmal auf seinem eigenen mistbeet gewachsen sind leider geht heute abend kein dampfer mehr nach asien aber vielleicht denkst du später einmal daran wenn ich fort bin dass ich einsam in einer kneipe sitze und mein elend in bier ertränke ganz allein sicher brauchst du niemand zur unterstützung wenn du bier trinken musst entgegnete sie eisig hört ich wünsche dir ein fröhliches fest liegt ja kein grund vor warum wir nicht auch fernhin gute freunde bleiben sollen ich habe leider schon seit einiger zeit erkannt und mich zu der überzeugung durchgerungen dass wir unserem temperament nach nicht zusammenpassen und heutzutage haben sich die zeiten geändert eine frau hat mindestens auch das recht sich ihre freunde auszuwählen eine frau sagte er und geriet wieder in harnisch weißt du noch dass ich vor einem jahr in den weihnachtsferien jeden tag hergekommen bin und mir die größte mühe gegeben habe die mathematik einzubläuen damit du ein anständiges schulzeugnis bekommst er hat in die halben nächte hier gesessen nur um dir gefällig zu sein um dir zu helfen die vergangenheit ist für mich tot sagte sie würdevoll natürlich was bist du doch für eine elegante große dame von welt geworden bisher hatte sie sich beherrscht und war ruhig geblieben aber jetzt sprang sie auf sie hätte die große dame von welt weiterspielen können aber die letzten worte hatten sie doch sehr geärgert ferdi jetzt machst du dass du hinaus kommst oder soll ich dem butler klingeln dass er dich hinauswirft ferdinand machte eine stumme verbeugung diesen zornes ausbruch hat er nicht erwartet und für den augenblick jedenfalls war er geschlagen ich will nur sagen begann er sie ging zum kamin legte einen finger auf die elektrische klingel und sah ihn düster und doch zugleich neugierig an denn sie war gespannt was er jetzt tun würde mr ferdinand stewington trat auf die straße hinaus und schlug den kragen seines mantels hoch es regnet ein wenig und es wehte ein warmer westwind und nun stand ferdi an dem schönen schmiedeeisernen zaun der das trottoir von dem vorgarten trennte und sah mit trüben augen nach dem heller leuchteten fenster hinter dem sie weilte er fühlte sich so unendlich einsam und verlassen und er war wütend und aufgebracht über all die leute die es besser hatten als er die nicht bei wind und wetter von haus und hof vertrieben wurden und ihm nicht einmal die brotkrumen gönnten die von ihrem reich besetzten tafeln fiel sein chauffeur nobbins brachte den eleganten rolls-royce geräuschlos und geschickt an die bordschwelle des gehsteigs nein ich danke ihnen nobbins ich werde zu fuß gehen sagte ferdi mit an der stimme es regnet aber das habe ich noch gar nicht gemerkt erwiderte ferdi und fluchte als ihm im selben augenblick ein regentropfen ins auge fiel ich werde trotzdem gehen beharrte er er trug elegante schwarze lackschuhe und auf der straße war es nass und schmutzig schon oft hatten sich selbst gesunde leute eine tödliche krankheit durch nasse füße zugezogen der tod hatte sie hinweggerafft und an ihrer barri knieten dann frauen mit rot geweinten augen aber auch die bittersten klagen und tote nicht auferwecken ferdi biss die zähne zusammen und ging am rindstein entlang die kapelle der heilsarmee an der ecke der duke street spielte den schönen choral christen erwacht das war allerdings etwas überflüssig denn die meisten christen in der duke street waren schon seit stunden wach viele von ihnen tanzten nach den klängen des radios und die christen die nach einem guten abend essen und nach einem oder mehreren likören in den klubsesseln eingeschlafen waren durften eigentlich nur vom oberkellner oder vom clubdiener aufgeweckt werden aber in dieser feierlichen stimmung zögerten selbst die oberkellner dieser aufforderung der heilsarmee nachzukommen mit düsterem ausdruck ging ferdi weiter und als die schöne adjutantin der heilsarmee ihm zaghaft die sammelbüchse hinhielt zuckte er nur wild die schultern aber nach ein paar schritten bereute er sein verhalten drehte sie um und gab ihr reichlich dann kam ihm plötzlich ein gedanke ach würden sie die liebenswürdigkeit haben mit ihrer kapelle nach dem haus nummer 74 zu gehen spielen sie wo wandert mein herz allerliebste heute nacht ist das möglich ich sprach mit dem trompeter und die sache wurde sofort arrangiert mit leichterem herzen setzte ferdi seinen weg fort seine wohnung in der devonshire street kam ihm einsam und verlassen vor auf dem tisch lag ein kleines päckchen das in silberpapier eingepackt und mit einem blauen seidenband zugebunden war als er es sah sank seine stimmung sofort wieder unter null auf dem kamin stand die fotografie eines schönen mädchens aber er drehte ihr ostentativ den rücken zu nobbins ist hier der diener wagte bescheiden diese äußerung zu tun ist er hier dann lassen sie ihn nach hause gehen und in den schoß seiner familie zurückkehren es ist heute weihnachten gehen sie auch zu ihrer frau und ihren kindern ich bin nicht verheiratet ferdi wandte sich müde nach ihm um haben sie keine familie steven war ein sehr ordentlicher frommer mann und sein höchster ehrgeiz bestand darin eines guten tages einen posten bei der inneren mission zu erhalten er hatte doch seinem herrn gesagt dass er nicht verheiratet war wie konnte er da kinder haben er sah ihn vorwurfsvoll an wie könnte ich denn eine familie haben sagte er sanft aber doch entrüstet ferdi setzte sich tiefer in den sessel steven was haben sie morgen vor der diener räusperte sich wenn sie es gestatten wollte ich gern den morgengottesdienst im heim für findelkinder mitmachen am nachmittag gehe ich mit verschiedenen freunden zum mary le bone arbeitshaus und spiele dort den armen leuten ein wenig vor ich bin nämlich sehr musikalisch ach fühlen sie die harfe nein saxofon das ist recht schwierig dann gehen sie hin und spielen sie fragen sie etwas von der festfreude auch zu diesen armen einsamten menschen plötzlich richtete sich ferdi auf sagen sie können sie auch das lied spielen wo wandert mein herz allerliebste heute nacht nein ferdi zeigte nach der tür steven verneigte sich und ging hinaus morgen war weihnachtsfeiertag alle einladungen bis auf eine hat er abgelehnt und diese eine lachte so wild auf so laut dass man es draußen in der dienstbotenstube hören konnte wo steven und nobbins zigarettenbilder austauschten man muss an einem weihnachtsabend vieles entschuldigen nobbins sagte steven während christliche nächstenliebe aus seinen augen leuchtete sie waren beide mitglieder einer frommen gemeinschaft aber steven war der frömmere von beiden sagen sie kommen sie morgen in das arbeitshaus von st mary le bone bin ich etwa auch besoffen fragte der chauffeur vorwurf soll aber ferdi war durchaus nicht besoffen er war nicht einmal angeheitert er litt nur an gebrochenem herzen er war vollständig zu ende sein leben war zerstört was sollte er noch damit anfangen ein kind aus dem feuer retten wobei er sein leben aufs spiel setzte das feuer musste aber gerade in dem haus ausbrechen das nummer 74 gegenüber lag rasieren brauchte es sich heute auch nicht mehr dann würde ein vollbart bekommen zur see gehen in weite ferne und später zurückkehren schwarz braun gebrannt von der tropen sonne ungewohnt des verkehrs in der großstadt würde er von einem auto überfahren werden nämlich von lettys zweisitzer dann würden sie ihn aufheben und sterbend in das haus 74 tragen wie würde letty dann weinen er hörte schon ihren schrillen aufschrei ach das ist ja ferdi was habe ich getan und wenn er dann als seemann zurückkam würde er immer tiefer und tiefer sinken das heißt seinen guten aktien angelegtes vermögen würde immer noch zehn bis zwölf prozent bringen das wurde nicht weiter davon betroffen davon konnte er ja im augenblick absehen also er würde immer tiefer und tiefer sinken bis er schließlich im armenhaus landet aber steven sank dann auch immer tiefer bis er schließlich auch im armen haus im zimmer nebenan wohnte dann konnte er ihm wenigstens morgens den tee bringen und das rasierwasser nein passieren braucht er sich ja dann nicht mehr und dann würde er tagsüber auf den straßen umher schleichen und schnürsenkel und streichhölzer verkaufen und eines tages würde er lettys weg kommen und sie würde auch etwas von ihm kaufen und ihn bestürzt ansehen gleich würde sie werden und mit ersterbender stimme ausrufen ach ferdi habe ich das getan oh welches unrecht von mir ferdi klingelte bringen sie mir ein glas milch sagte er als steven kam warm oder kalt ferdi zuckte die schultern das mir ganz gleich sagte er und stöhnte er war in einer gefährlichen stimmung und heute war heiliger abend er erinnerte sich an eine weihnachtsgeschichte die einmal gelesen hatte irgendwas mit er hatte die geschrieben ach dickens hieß der ferdi nickte er erinnerte sich genau dass es dickens war welch ein fabelhaftes gedächtnis für namen er doch hatte die geschichte handelte von einem alten filz einem menschenfeind einem kerl der das weihnachtsfest hasste der mit beachtung an den schaufenstern und ganzen reihen herrlicher christstollen vorbeiging und nur höhnisch grinste wenn er rotbackige äpfel und nüsse vor sich sah ein mann der sich nichts aus plum pudding machte und den tannenbaum verachtete ferdi gab ihm ganz recht was für ein zweck hatte auch das alberne getue wie hieß der mann gleich scrooge 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 jetzt wusste er es wieder scrooge ferdi konnte das weihnachtsfest auch nicht mehr leiden er hasste alles was irgendwie fröhlich oder heiter war mühsam erhob er sich und drehte die heizung ab um die temperatur im zimmer herunter zu bringen so dass sie in einklang mit seiner stimmung kam steven klopfte an die tür um sich zu verabschieden hohe weihnachten hohe weihnachten erwiderte ferdi ironisch durch die nase hat er früher nie getan aber scrooge sprach doch auch durch die nase haben sie sich erkältet steven konnte sehr fürsorglich und väterlich sein nein ich habe mich nicht erkältet weihnachten löschen sie das feuer aus schließen sie brot und butter fort tun sie es ja steven und wenn ein bettler kommt soll er nichts erhalten ihr gehalt werde ich auch heruntersetzen ich brauche sie übrigens gar nicht mehr nächste woche können sie gehen es schmerzte ferdi durch die nase zu lachen es war so als ob es ihm nach champagner aufstieße und sich die luftblasen auf dem falschen weg entfernen wollten aber trotzdem lachte er sieven ging zu dem dienstboten raum zurück nobbins sagte er ernst wir wollen zusammen für unseren herrn beten ja wenn es nicht so lange dauert und so saß ferdi in dumpfer verzweiflung während stunde um stunde verging und mitternacht riss er das kleine päckchen in dem silberpapier an sich zog die schleife auf und wurde dann nachdenklich sorgsam lettete er das silberpapier und drückte auf den knopf des kleinen etuis glitzernd und glänzend lag ein großer diamant und einer platinkette vor ihm auf dem blauen plüsch das ding hatte viel geld gekostet was würde letty ihm auch schon dafür geschenkt haben höchstens eine figarettenspitze ein spazierstock oder ein manikürset konnte sie ja jetzt poggi schenken er biss die zähne aufeinander dass sie knirschten letty würde auch enttäuscht sein wenn sie kein geschenk bekäme aber nein so durfte er nicht denken er musste größer sein erhaben über kleinigkeiten er musste ihr das geschenk noch zusenden und dann gehen reise fort gehen wohin wusste er selber noch nicht in irgendeine fremde ferne stadt wo ihn niemand vermutete aber wer würde sich dann noch um ihn kümmern er runzelte die stirn steven würde ihn sicher vergessen und bald einen neuen herrn finden der steuereinnehmer würde ihn schließlich auch vermissen das finanzamt würde dann an seinen rechtsanwalt schreiben und letty sie würde kaltherzig durchs leben gehen sie wusste nicht was sie an ihm verloren hatte ja sie würde sich die seiten vor lachen halten wenn ihr dieser komponist dieser musiker dieser gemeine poggi einen abgedroschenen witz erzählte dieser blöde kerl mit dem affengesicht steven klopfte wieder an die tür wann wünschen sie morgen den tee ferdi biss sich auf die lippen es ist möglich dass ich morgen früh gar keinen tee trinken mag steven ich weiß noch nicht was ich tun werde vielleicht reise ich weit fort kümmern sie sich nicht um mich bieten sie die wohnung mein rechtsanwalt wird ihnen das gehalt weiter zahlen dann darf ich ihnen die post nachschicken ferdi seufzte für ungeduld ich bin wahrscheinlich längst tot wenn die mich erreicht sehr wohl gute nacht und frohes gute nacht auf den mann hatte er wenigstens eindruck gemacht das musste ferdi feststellen aber auf andere leute würde er auch eindruck machen wir haben das kursbuch aus dem bücherschrank und sah nach wann der erste zog nach bornmuth fuhr aber vor allem er musste das päckchen für letty noch zurecht machen er musste ja auch etwas schreiben nur ganz kurz selbstverständlich aber höflich aber nicht zu höflich nein wegzuwerfen brauchte er sich nicht in treuer freundschaft ferdinand stewington oder indem ich ein frohes weihnachtsfest wünsche na das wäre doch zu kalt er griff nach einem briefbogen und seinem füllfederhalter meine liebe letty so begann er aber dann nahm er schon ein neues blatt da er zu schlecht geschrieben hatte meine liebe gute letty weg damit meine teure freundin diese kleinigkeit ursprünglich hat er schreiben wollen diese teure kleinigkeit das ging dann doch nicht gut sende ich dir mit meinen besten wünschen er durfte sie unter keinen umständen fühlen lassen dass sie an einem schuld war ritterlich musste er sein ich fürchte ich habe mich dir gegenüber sehr grob benommen verzeih mir ich mache eine weite reise und es wäre möglich dass wir uns nicht wieder treffen er hielt inne und überlegte sich ob er schreiben sollte für einige tage aber dann kam er zu dem schluss dass es besser wäre nichts genaues über die reise mitzuteilen es wäre auch zu grausam gewesen falsche hoffnungen zu erwecken ich habe deinen ring in einem versiegelten umschlag in meiner wohnung im schreibtisch zurückgelassen er wird dann später mit all den anderen kleinen andenken gefunden werden schließlich war mein leben doch nicht ganz umsonst wer weiß wo ich ruhen werde in dieser nacht sorgsam löschte er die karte ab und las noch einmal jede zeile aufmerksam durch wie würde ihr das herz wehtun wenn sie diese worte sah zögern legte er den brief unter das länglich flache etui und wickelte sorgsich sorglich das silberpapier und das blaue seidenband darum dann steckte er alles in ein längliches kuvert schlicht sich heimlich und leise zu lettys haus öffnete die klappe des briefeinwurfs und ließ den brief hineinfallen die adresse war ganz schlicht gehalten an letty von fs er richtete sich auf und holte tief atem er hatte etwas großzügiges getan es war wirklich ein edler akt der selbstlosigkeit das geschenk war ebenso wertvoll wie der schenkende Ferdy wusste dass er sich nicht falsch beurteilt hatte und doch er saß wieder zu hause in seinem lehnsessel und doch hatte er sich in ihren augen nicht so sehr erniedrigt war es nicht eine vollkommene aufgabe seiner persönlichkeit war er nicht dauernd im recht gewesen was hatte sie gesagt morgen würde er wieder auf dem bunten teppich vor ihr knien er erinnerte sich noch genau an das muster nein das gab es nicht hätte er nicht besser nur eine einfache weihnachtskarte geschickt da stand noch einer auf dem kamin seine amme hatte sie ihm gesandt und nur eine gedruckte visitenkarte hinzugefügt er nahm sie in die hand und betrachtete sie genauer es war eine blaue landschaft mit einem blauen häuschen und einem weißen mond Boden und Dach waren mit weißem flitter bestreut der in dem schein der lampe glitzerte und leuchtete aber dann biss sich Ferdi auf die oberlippe am ende würde sie ihn auslachen und bemitleiden diesen armen jungen der sich so töricht benahm nein so schnell durfte er nicht zu kreuze kriechen Ferdi erhob sich und streifte die pantoffeln ab natürlich würde sie poggy das alles erzählen schnell nahm er die karte vom kamin und schrieb darunter frohe weihnachten f dann steckte er sie in ein kuvert irgendwo im buffet musste doch eine silberne eiszange liegen damit konnte man das päckchen wieder aus dem briefkasten herausfischen er war wirklich umsichtig das zeugnis musste er sich selber ausstellen als er die lange silberzange in die manteltasche steckte wenn es darauf an käme würde ich ein gefährlicher verbrecher werden sagte er müde mit einem bitteren lächel draußen hielt er ein taxi an und fuhr nach langham place dort entließ er den chauffeur und ging zu ladys wohnung es regnete immer noch aber inzwischen war der regen feiner geworden ein leichter nebel um weihnachten herrschte meistens solches wetter in england aus den häusern tönte jetzt lustige tanzmusik ohne es recht zu wissen ging ferdi im takt den bürgersteig entlang eine nahe turmuhr schlug zwei das haus nummer 74 war vollkommen dunkel als er an die tür herantrat im nächsten augenblick passte er mit der eiszange in den briefkasten zog ein päckchen heraus das ihm bekannt vorkam und steckte es schnell in die tasche hallo was machen sie denn hier in seiner aufregung ließ ferdi die silberne zange fallen so dass sie klirrend aufs pflaster fiel ach ich bitte um verzeihung sagte er vergnügte weihnachten was anderes fiel ihm grad nicht ein ja und auch ein vergnügtes neues jahr erwiderte der große polizist der geräuschlos auf ihn zutrat sie kommen jetzt mit mir nach der mary bone lane wenn sie sich einbilden dass ich um diese zeit einen großen spaziergang mache dann haben sie sich aber geschnitten im sommer bei sonnenschein und blütenduft blauem himmel weißen wolken das ist was anderes also kommen sie jetzt in alle ruhe mit die worte klangen drohend und ferdi wurde es nun doch seltsam zumute er hielt sich an dem eisernen geländer fest sind sie ein polizist ja sergeant meel vorwärts mein junge ich hab sie schon eine ganze weile beobachtet er packte ferdi am arm und sie gingen beide die straße entlang äh wo ist denn ihr spezi lu fragte der beamte ferdi wusste nicht recht was der mann meinte auf der polizeistation sah sich einem ärgerlichen sergeanten gegenüber der seinen federhalter niederlegte und den gefangenen erst einmal von kopf bis fuß musterte name mein name smith so heißen hier alle vögel die hierher kommen vorname ist natürlich john oder william ferdi dachte angestrengt nach charakterkuss sagte er dann der sergeant sah ihn ironisch an adresse buckingham palace ferdi lachte der sergeant kannte solche witze feigert sich seine adresse anzugeben nun wie lautet die anklage er hat einen briefkasten bestohlen ich hab ihn auf frischer tat ertappt als er sich am haus nummer 74 mit diebeswerkzeug an dem briefkasten zu schaffen machte der polizist legte die eiszange auf das pult hat er etwas gestohlen nun kam auch noch das päckchen auf den tisch und ferdi kratzte sich das kinn er hatte sein geschenk doch in ein langes kuvert gesteckt das war gar nicht sein kuvert und außerdem war es mit einem zinnoberroten band zusammengehalten von poggy für letty las der sergeant ferdi taumelte zur tür aber der polizist hielt ihn fest ein diamantenschmuckstück mit smaragden in form eines klaviers sagte der beamte hinter dem pult ein ganz blöder geschmack rief ferdi empört sollen wir jemanden benachrichtigen dass sie verhaftet worden sind sie werden wahrscheinlich ein paar tage hier bleiben müssen ein wort einer frau könnte mich retten erwiderte ferdi gebrochen aber ich bin viel zu stolz als dass ich sie darum bitten würde der gefangenen werte erschien in der tür ferdis taschen wurden durchsucht es kam eine brieftasche mit vielen banknoten ein goldenes zigaretten etui und verschiedene andere kleinigkeiten aus gold und silber zum vorschein na da haben sie ja heute einen guten tag gehabt wo haben sie denn all das zeug zusammen geklaut fragte der sergeant ja und dann stelle 6 vulcans die tür fiel nicht drohend zu sie quietschte nur in der familie revel weistete dass am ersten feiertag nach dem abendessen die geschenke verteilt wurden dann waren alle geber zugegen so dass man ihnen danken konnte enthusiastisch oder einfach nur schlicht der hausherr george perlitter revel war mitglied des parlaments er zahlte für alles und er würdigte auch alles betise giovanna revel war seine tochter sie gab nur die anordnung und sagte wer zum abendessen eingeladen werden sollte und wer nicht allgemein war sie beliebt es gab sogar junge leute die sie andichteten auch wenn sie das dicht nicht verstanden sie hatte einen schnellen und eleganten sportwagen einen fox terrier und außerdem eine fotografie von douglas fairbanks mit eigenhändiger unterschrift sie hatte sie in gold rahmen lassen denn sie liebte die starken männer die charakter hatten und nicht zu viel sprachen helden die junge damen auf ihren kräftigen arm nahmen und mit ihnen durch hochgewölbte buchenwälder schritten ferdi hatte sie zwar noch niemals so getragen höchstens in übertragenem sinn sie liebte ihn wie eine mutter ihr hilfloses kind liebt beim abendessen sagte sie das auch ferdi ist nicht hier papa weil ich ihm gesagt habe er möchte nicht kommen aber mein liebling ich dachte dass ihr beide sie lächelte nachsichtig es war nur eine jugendfreundschaft mr revel rieb sich das linke ohr wie alt bist du jetzt letty etwas über 19 und eine erwachsene junge dame manchmal vergisst du das papa meine zuneigung zu ferdi ist rein mütterlich ach so erwiderte mr revel milde er hatte sogar einmal einen ministerposten begleitet weil alle leute ihn für freundlich und gut hielten ja und nun die geschenke sagte mr revel foggy bennett wurde melancholisch und traurig daddy sie wissen ja warum mein geschenk nicht hier ist dieser verdammte einbrecher hat es gestohlen ich war schon den halben tag auf der polizeistation um den gestohlene gegenstand zu identifizieren aber sie haben mir nicht gestattet dass ich ihn herbringen darf ach foggy das war wirklich nett von ihnen aber es wäre mir viel lieber gewesen wenn sie mir eine ihrer herrlichen kompositionen mit einer persönlichen widmung überreicht hätten kann diese kostbaren weihnachtsgeschenke nicht leiden sie sind so sie verstehen mich schon foggy nickte er hatte ein hageres gesicht und eine scharfe adlernase und ferdi kann man natürlich nichts erwarten er dürfte es ja nicht wagen dann fiel ihr blick auf seinen briefumschlag und sie runzelte die stirn wenn er mir die pfeife zurückgeschickt hat die ich ihm zum letzten weihnachtsfest schenkte dann soll er was erleben er ist das papier auf und holte tief atem wie wundervoll aber das hätte er doch nicht tun sollen das sieht ihm wieder ähnlich papa er hat so einen feinen geschmack mr revel sah auf das kleine preisschildchen das ferdi nicht abgenommen hatte und rechnete dann schnell aus wieviel zehn prozent von 95 pfund ausmachten um himmels willen foggy sah dass ihre lippen bleich wurden ohne noch ein wort zu sagen schob sie ihm den brief zu das ist doch alles blödsinn sagte foggy brutal er hat sich doch nur dem geht es gut denken sie nur ja nicht ist ja zum lachen solche witze hat er früher auch schon gemacht wenn ferdi sagt dass er etwas tun will dann tut er es auch erklärte sie bestimmt was sagst du mein liebling mr revel setzte den claimer gerade wieder auf ferdi hat vielleicht selbstmord verübt sagte sie atemlos aber das wäre ja furchtbar entgegnete mr revel und dann nahm er den claimer wieder ab er fragte nicht weiter schon den ganzen tag hat er das gefühl gehabt dass es einen interessanten abend geben würde ach quatsch rief foggy erregt und was fällt dem jungen ein meine verse abzuschreiben wo werde ich nicht ruhen in dieser nacht das ist ja ein plagiat letty holte tief atem ja es gab noch ritterliche charaktere wo mag er jetzt nur sein der autor von wo werde ich ruhen in dieser nacht lächelte verächtlich weiß einen neuen witz begann er dann ein südamerikaner fragte einmal einen ihren ach lassen sie doch ihre dummen witze die sie aus ulkblättern ausschneiden erwiderte sie eisig ich habe sie was ganz anderes gefragt sie haben mich gefragt wo er ist entgegnete der komponist etwas beleidigt das kann ich ihnen leicht sagen der sitzt in seiner wohnung und spielt die gekränkte leberwurst gehe die höchste wette darauf ein es ist eigentlich ein skandal dass er alle leute so in aufregung bringt erregt erhob er sich ich gehe hin und hole ihn mit meinen bloßen händen werde ich ihn aus seinem versteck zerren mir kann er nichts vormachen mein freund kruthers der hat eine wohnung in demselben haus in der gleichen etage warten sie nur ich werde mit ihm zurückkommen damit eilte er aus dem zimmer mr revel hatte nicht recht zugehört und fuhr seinen träumen auf ja und dann wird noch eine totenschau abgehalten werden müssen sagte er und schaute erregt zur decke nur ein glück dass ich nicht als zeuge auftreten muss sie sah ihren vater schmerzlich an aber papa wie kannst du sowas sagen ferdi war so bescheiden niemals hat er sich aufgedrängt er würde doch niemals zugeben dass man dich mit der gleichen belästigt mr kruthers poggys guter freund und schulkamerad leidete sich gerade zum abendessen um als ihm poggys gemeldet wurde für gewöhnlich stand er früh auf aber heute war kein rennen und es erschienen noch keine zeitungen in folge dessen gab es auch keinen skandal in der welt und mr kruthers hatte ruhig und bequem sieben ich steige aus deinem fenster klettere die feuerleiter entlang und überzeuge mich einmal persönlich also mach das fenster jetzt nicht auf das zieht und ich zieh mir grad die unterhosen an du wirst doch wohl so lange warten können ich erkälte mich sonst poggys setzte sich mit verschränkten armen auf einen stuhl und machte ein gesicht wie napoleon in der schlacht bei austerlitz ich kann natürlich warten erklärte er stolz erst als sein freund beinahe angekleidet war öffnete er das fenster und kletterte an der feuerleiter entlang das fenster zu furdis schlafzimmer stand oben offen fell stieg er auf die äußerste fensterbank fasste mit dem arm hindurch und öffnete dann den unteren flügel von innen furdi mein junge rief er mit deinem trotzkopf kommst du bei uns nicht durch also komm liebling mach keine faulen witze tiefes schweigen herrschte in der wohnung er drehte das licht an fand das schlafzimmer in ordnung er öffnete die schränke aber auch hier hatte sich furdi nicht versteckt das speisezimmer war aufgeräumt furdis pantoffeln standen vor dem kamin auf dem tisch lag ein ganzer stapel von briefschaften wie das zu weihnachten so üblich ist poggi ging in das arbeitszimmer wo furdi immer die sportberichte las auch im bad war er nicht und es blieb nur noch der hängeboden das dinerzimmer und die speisekammer aber die waren ebenso leer wie die küche auf dem kamin im speisezimmer stand die fotografie einer dame von etwas über 19 jahren und darunter eine widmung geschrieben poggi las sie und die haare standen ebenso berge denn die widmung war durchaus nicht mütterlich nun fühlte er sich getäuscht und verraten öffnete das fenster und kletterte hinaus als sein mr cruthers fenster kam war das licht dort auch gelöscht das fenster war fest geschlossen sein freund hatte wahrscheinlich angenommen dass poggi furdis räume durch die wohnungstür verlassen würde ein augenblick überlegte poggi schließlich konnte er die feuerleiter kurz entschlossen kletterte er hinunter und sprang dann die letzten beiden meter auf den hof ein interessierter zuschauer trat aus der dunkelheit hohes fest sagte der fremde wollen sie einen kleinen spaziergang mit mir machen nein fällt mir gar nicht ein ich kenne sie nicht und ich will sie auch nicht kennenlernen guten abend der mann packte ihn am arm ich bin sergeant neil von scotland yard und verhafte sie wegen einbruchs und unbefugten eindringens in fremde wohnungen geistesgegenwärtig zog poggi die gerahmte fotografie aus der tasche und ließ sie auf den boden fallen danke sagte mnil da haben wir ja den beweis er bückte sich hob das bild vom boden auf sie sammeln wohl kunstschätze ich hab sie schon zwei stunden lang beobachtet wo ist denn ihr freund ike den hab ich ja seit jahren nicht gesehen auf der station wieder dasselbe verhör smith sagte poggi etwas bleich aber entschlossen die sache mit der fotografie war allerdings fatal hatte aber ein gutes sergeant neil der ihn den ganzen vormittag dadurch geärgert hatte dass er die diamant und smaragd borsche mit dem klavier identifizieren sollte hatte ihn nicht erkannt und der sergeant vom dienst war inzwischen abgelöst worden vorname john oder william heiden erwiderte poggi denn er war sehr musikalisch der gefängniswärter untersuchte seine taschen und zählte stück für stück auf was er bei ihm fand und poggi riss sich zusammen schließlich können sie es ruhig wissen sagt er dann mein name ist bennett und ich bin der komponist des herrlichen liedes wer weiß wo ich ruhen werde heute nacht zelle 6 erklärte der stations sergeant ferdy hörte wie sich der schlüssel im schloss drehte dann öffnete sich die tür interessiert richtete er sich auf und poggi sackte zusammen als er ihn sah ferdy sie hier ferdy war nicht weiter erstaunt setzen sie sich ruhig hin poggi das ist ja zum tod lachen warum sind sie denn verhaftet worden haben sie jemanden umgebracht das ist heute der zweite fall sagte der richter erregt und ärgerlich und auch diesmal ist der bestohlene seiner pflicht nicht nachgekommen und vor gericht erschienen um sein eigentum zu identifizieren weder mr stevington noch mr bennett haben es für nötigkeiten das gesetz und die polizei zu unterstützen den anderen habe ich für einen monat ins gefängnis geschickt dann bekommen sie auch einen monat und ich warne sie einen monat später wurden beide am selben morgen aus dem gefängnis von pentonville entlassen ferdy kam zuerst hinaus und im laufschritt eilte er zu dem einzigen auto das weit und breit zu sehen war und als sich poggi später bei letty melden ließ erhielt er die antwort dass sie im augenblick nicht zu sprechen sei über eine stunde wartete er im vorsaal und sie war immer noch nicht zu sprechen der diener sagte mitleidig es würde wohl auch noch eine ganze weile dauern und er sollte sich doch noch gedulden inzwischen ruhte lettys goldener lockenkopf an ferdys schulter erzähl doch weiter es ist so interessant flüsterte sie und sah gespannt zu ihm auf und zwei abende später kam ich in konstantinopel an die welt war grau und die verzweiflung zerriss mir das herz ich wusste dass ich die verloren hatte sonne und licht meines lebens waren erloschen das dasein hatte keinen zweck und kein sinn mehr für mich sollte ich nun in die wüste eilen und dort unter den sengenden strahlen in der unberperzigen sonne in durstqualen sterben hättest du mir doch nur ein telegramm geschickt erwiderte sie atemlos als poggi nicht zurückkam wusste ich dass es nicht wagte dir unter die augen zu treten ach mein guter junge bist du wirklich in die wüste gegangen ich habe ja nicht im traum daran gedacht dass du dir tatsächlich das leben nehmen wolltest aber nun gib mir ein versprechen du darfst nie wieder fortgehen ich könnte es nicht ertragen woher kommst du denn jetzt aus pentenvillia ist das eine vorstadt von rom ach wie ich sagte in meiner verzweiflung wollte ich unter die derwische gehen glauben sie denn dass es noch zweck hat fragte poggi den diener der diener meinte es ehrlich und schüttelte den kopf die rücklehne des sofas im wohnzimmer befand sich nämlich gerade dem schlüsselloch gegenüber dem schlüsselloch zu verbrechen das ist das das ist das das ist das